Und da drunter soll Bruchstein hin. Ne, 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 Moment, da nicht. Da kommt ja dann die Kiste hin oder sowas. So. Und dann muss aber innen, ja, ja, genau, da ist ja nur ein Dreier, eine Dreierbreite. Aber wo kommt dann, hä? Ist ja, ich glaube, ich muss doch nochmal nachsehen. Aber ne, ich will das versuchen. Ne, das muss, das, ne, 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 das Holz muss auf jeden Fall da hin. So. Und dann brauche ich jetzt mal das hier. Die Seitenwand. Da haben wir die drei. Das waren ja nur drei. Okay, ja, und dann kommt da wieder. So ein Holz hin. Ach, die Zäugn, die habe ich vergessen. Na gut, dann lassen wir jetzt erstmal die Lücke. Die Zäune, ja, ich vergesse aber auch so viel. Das da, 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 oh, da muss ich noch mehr Platz machen. Naja, das macht nichts. Also ich will das Ganze schon in der Ebene jetzt hier haben. Da hier soll, auf der Ebene soll der Eingang sein. Dann muss ich hier nochmal was mitmachen. So, und das da oben noch. Da noch ein bisschen. Okay. Ah, das wird aber ziemlich knapp hier. Wenn ich sage, hier... Der Eingang... War der in der Mitte? Ne, der war am Rand. So, dann kommt da der Eingang hin. Und da wieder so ein Pfosten. Aber das geht doch dann da hier nicht aus. Ne, dann stimmt das nicht. Dann muss ich das hier alles noch um eins versetzen. So, Moment, ich... Mach das mal weg hier. So, der muss dann da hin. Ei, ja doch, das ist jetzt egal. So, aber ja, jetzt noch Platz für den... Für den Eingang. Und dann kommt hier die Treppe hin. So, erst mal da. Und dann hier die Treppe. Da mach ich aber jetzt einfach so, weil es geht, da... Da räumt da auch noch was hin. Und dann muss aber... Aber das stand doch da oben. Ne, dann hab ich ja das doch... Die standen doch... Ach so, dann stehen die da. Ah, okay. Das heißt, ich muss das nochmal weiter... nach unten versetzen. Ne, das stimmt doch nicht. Das muss ja da hinten... Hinten. Da muss ich... Da muss ja das nochmal... Hä, aber... Ne, 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 das passt schon. Das muss nur... Ne, ne, das... Hä? Ich kenn mich überhaupt nicht mehr aus. Ne, das passt schon. So, so. Die beiden weg. Und die beiden tiefer setzen. So, einen so, einen so, einen so. Die Farbe ist jetzt egal. So, dann kommt hier... Der... Der Dingsbums hin. Mach ich jetzt mal... Ja, mach ich auch Teppich hin. So. Da kommt da ein Stein hin. Bruchstein. So, aber... Moment mal, hier drunter will ich das auch haben. So, aber da drunter steht doch dann noch die Kiste, oder? Steht die so tief? Aber ich glaube, so passt das schon mal recht gut. Jetzt brauche ich mal wieder Holz. Machen wir erstmal so mit Holz weiter. Vielleicht müssen wir die ganze Hütte dann doch wieder abreißen. Ne, da muss ja dann das Fenster hinkommen. Aber dann stimmt doch das hier auch. Ne, das... Moment mal. Das sind ja nur zwei jetzt. Ja, genau. Das muss ich ja noch versetzen hier. So, das muss ich versetzen. Das haben wir... Hier noch nicht gemacht. Dann muss da noch eine Erde ins Wasser. Okay, da noch Holz hin. Da noch... Also so Bretter eben. So und so. Und dann hier zumachen. Ich habe ja ein Bett mit. Ich werde das gleich hier hinstellen. Ne, da hin. So, eine Zweierhöhe. Genau, das passt so. Oh ja, da muss ich aber noch auskleiden. Hier mit Stein. Moment, ich nehme besser die Schaufel. Oh ja, jetzt kommt da Wasser rein und spült uns alles fort. Aber nicht mehr lange. Achso, Moment. Okay, Moment. So. Das Ganze machen wir auch hier noch. Kommt da auch wieder Wasser rein, ja. Okay, so. Und da kommt eine Kiste hin. Achso, ja. Darunter wollte ich aber auch noch Stein haben. Jetzt muss ich erst mal das Bett hinstellen. Und schlafen. Aber ich glaube, das sieht so eigentlich ganz gut aus. So, ja, ich kann schon schlafen. Wieder kleckern. Nein, diesmal nicht gekleckert. Und da stand da einfach nichts. Das weiß ich jetzt nicht. Na gut, wir bauen jetzt auf jeden Fall erst mal weiter. Ich brauche noch Zäune. Das können wir nachher machen. Obwohl das... Ach komm, ich gehe jetzt einfach... Und hole einfach noch Zäune. Ich könnte mir auch hier vor Ort welche bauen. Aber das will ich nicht. So. Zäune. Und wieder zurück zur Minenscheune. Ich würde das gerne jetzt komplett erst fertig bauen. Und dann erst prüfen, ob ich recht habe. So, diesmal laufe ich aber so rum. Dann können wir gleich überprüfen, wie das denn so ist. Wenn man da... Ah, wir könnten uns aber hier einen Weg machen. Genau, hier. Ein bisschen, dass man da vernünftig hinlaufen kann. So. Ich will alles, was überhängt, weg haben. Das hier weg. Das da, das da. Und da noch ein bisschen mehr. So. Ja, da können wir das so lassen. Und das reicht ja schon. Ja, doch, das passt. Das ist okay so. Da, da, da. Dann eine Tür. Die mache ich jetzt gleich mal auf. So, dann die Gitar. Dahin. Dann sollte es nämlich einfacher sein, hier mit dem Dach da was zu machen. Hey, lass mich mal raus hier. Ja, okay, so. Jetzt das Dach. Da müssen wir erstmal außen was machen. Ach ja, für den Baum hier müssen wir uns noch was ausdenken. Ja, okay, das machen wir. Genau, das macht eine schöne Ecke hier. Sehr gut. Oh ja, habe ich da eigentlich überall Steine drunter? Ah, siehst du da nämlich nicht. Ich will, ich will da so eine, so eine Schale drunter haben aus Stein. Nee, Moin, ich brauche Erde. Äh, Erde haben wir da. Ich glaube, wir müssen den Baum noch versetzen. Ja, da machen wir was. Da überlege ich mir noch was. Also, ich weiß ja schon was. Ich habe eine Idee, das werden wir einfach machen. Und gut ist, aber jetzt will ich erstmal das hier komplett fertig machen. Denn nicht, dass wir diese Hütte nochmal versetzen müssen. Was ja durchaus sein kann. Und dann haben wir uns an dem Baum rumgemurkst. Ich mache hier mal ein bisschen Erde hin. Der Delfin, geh doch mal weg hier. Das ist gar kein Delfin, das ist ein Hai. Okay, okay, deswegen. Ja, die Haier sind immer so aufträglich hier. Ich will da keine Leerräume drunter haben. So. Okay, da kann man jetzt einmal rundum laufen hier. Ja, ist nicht viel, aber passt. So, dann. Genau, geht das auch noch hier. Und so. Und jetzt kommt die große Kunst. Das wäre nämlich hier erst in der Mitte. Hallo, lass mich doch mal da hoch. So. Hier noch eins höher. Genau, und jetzt sollte es doch gehen. Hier von unten. Hier das da dann neben zu bauen. So. Wie ich aber hier auch rumspringe. Ach so, Moment. Erst dahin. Wo ich jetzt gar nicht so hinkomme. Na, ich muss das von unten machen. Aber es geht. Okay. So, und damit das Glas. Okay. Ja, die Kisten noch. Da soll der Kassenkumpel stehen. Dann kommt da drüber eine Kiste. Ah, das sieht aber schon mal ganz gut aus hier. Jetzt brauchen wir Kisten und Trichter. So, da. Ach so, ich muss hier erst die Kiste machen. Ja, aber dann muss ich jetzt da hinten den Trichter machen. Und dann kommt hier noch eine Kiste hin. Nee. Oder war das... Nee, doch. Das muss so gewesen sein. Ja, ja, ja. Doch, das war so. So, da ist der Trichter. Ich muss mal schauen. Ah ja, okay. Es läuft rein in die untere Kiste. Okay, gut. Das passt schon mal. Jetzt müssen wir das da oben noch machen. Das müssen wir aber dann von außen anschließen. Wohin, das soll hier weg. Ach so. Ja, ja. Okay, Moment. So. Das werden wir gleich noch machen. Ist das richtig hier so? Doch. Ja, doch. Das müsste jetzt funktionieren. Stecken wir mal was da rein. Der läuft jetzt da rein. Und da sehen wir ihn nicht, weil er gleich weiter nach unten gelaufen ist. Ja, da ist er. Okay, gut. Das funktioniert also auch. Ja, dann sieht das eigentlich so aus, wie es gehört. Ich bin nur daran irritiert, dass hier irgendwie nichts ist. Ja, gut. Aber das nächste... Oh, nee. Moment. Da innen war noch eine Fackel. Jetzt schauen wir mal, wie das bei dem anderen ist. Oh, ein bisschen kam ich noch ins Wasser. Das ist ein Delfin. Ja, dachte ich mir. Ich hatte doch vorhin einen Delfin gehört. So, also was haben wir jetzt da außen noch Fackeln? Ach, da steht der. Ja, okay. Ja, okay. Und da ist der Block, der eigentlich da unten hingehört. Ja, den haben wir da. Ja, da steht der. Genau. Und ansonsten, das passt auch. Ja, doch. Dann haben wir das richtig gemacht. Zumindest sehe ich jetzt keinen Fehler. Ach, ich muss ja schon wieder eine neue Datei anfangen. Okay, Moment eben. So, wie spät haben wir es? Ja, komm, wir hängen jetzt noch eine Folge dran. Oh, was war das denn hier? Da ist ein Loch. Hä? Da ist er. Da habe ich mich mal irgendwie durchgebuddelt, so wie es aussieht. Okay, gut. Soll das mal einfach so bleiben. Ah, jetzt bin ich zu spät abgesprungen und kam noch ins Wasser. Wir müssen uns ja noch... Ah, ne, außen sind die Fackeln schon dran. Okay. Wir müssen uns noch um den Baum kümmern. Oh ja, aber das will ich auch wegmachen hier. Da will ich einfach ein Stück Erde hinhaben. So, jetzt kann ich auch noch hier eine Wolle hinsetzen. Genau, da kommt also der Chunkleuder hin. Da der Teleporter. Da der Kassenkumpel selbst. Und da der... die Kiste. Ähm, ja. Und dann... ...kommt hier schon mal der Bruchstein hin. Ja, das lassen wir alles einfach so. Sollen uns dann dran erinnern, dass das, ähm, ersetzt werden soll. Durch vier andere, ähm, Blöcke. Durch vier andere Gerätschaften. Okay, dann sind wir fertig hier mit der Hütte. Haben wir noch eine Hütte gebaut. Zum Zeitfüllen. Das da... Ja, das sieht eben so aus. Das lassen wir so. Oh ja. Ach nee, Moin. Ich wollte ja noch die Wanne kontrollieren. Genau. Einmal Wanne kontrollieren. Siehst du, da ist nämlich keiner. Na, jetzt läuft da was rein. Moment. Äh, wo haben wir die Erde da? So. Aber hier muss ich dann auch... Ja, dann machen wir da einfach... auch noch zu. Ja, das reicht. Ah nee, Moment, da noch. Okay, gut, hier jetzt. Ah, siehst du hier, was da auch alles noch fehlt. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Äh, da kann ich schon mal wieder Erde reinmachen. So, dann machen wir mal die Wanne hier voll. Ständig da ist auch noch. Ach so, das ist ja Erde, die noch weg soll. Genau, die Lücke mache ich gleich zu. Ja, gut!